Und ein Schnaps mit einer derartigen Prozentzahl würde wohl jeden aus dem Puschen hauen. Nicht so unsere Flippers. Doch, doch, sagen sie, hört sich gut an. Hört sich gut an. 59,9% für Manfred, Bernd und Olaf, für die Flippers und Saint-Tropez. Ungeheuer finde ich das. Ihr Spitzenhalter. Weißt du, was wie der Spannkaffee als ich zum ersten Mal sah? Und die Musikbox spielte nur für ein Liebespaar. Wir tanzten bis in den Morgen und die Sonne erwacht. Freunde bleiben verborgen und zaubern unsere Nacht. Wir waren im Himmel nah, ein Märchen wurde wahr. In Saint-Tropez. Dort wo die Liebe kommt, wo sich das Leben lohnt. In Saint-Tropez. In einer Sommerdacht hast du mir Glück gebracht. In Saint-Tropez. Und wenn ein Stern am Himmel steht. Und uns der Wind ein Lied erzählt von Saint-Opé Weißt du noch, wie zwei Kinder lieben, wir barfuß durch den Sand Mit Zärtlichkeit in den Augen gabst du nicht in deine Hand Regenbogen am Morgen und du bist noch bei mir In den Armen geborgen, dass ich dich nie mehr verliere Wir waren dem Himmel nah, ein Mädchen wurde warm in Saint-Opé Dort wo die Liebe wohnt, wo sich das Leben lohnt, in Saint-Opé In einer Sommernacht hast du mir Glück gebracht, in Saint-Opé Und wenn ein Stern am Himmel steht und uns der Wind ein Lied erzählt von Saint-Opé Ja, 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 nun klippen sie mich gleich aus Die werden ja noch größenwahnsinnig Das ist schon die zweite Mutebox, die ich denen überreiche hier Hatten wir ja 10 Pfennig? Ja, war ich Komm, was war 10 Pfennig? Also meine Güte Übrigens, für alle erwähnt, für unsere neuen Zuschauer in Bayern, Hessen Und natürlich in der DDR Und bei dieser Gelegenheit natürlich herzlich gegrüßt in die DDR Ich weiß, dass sie uns natürlich jetzt aussehen Das ist wirklich authentisch, kommt das aus dieser Mutebox Sagt mir, ihr holt euch so viel Preis Das ist auch vorige Woche die goldene Stimmgabel bei Dieter Thomas Heck Heute bei uns und morgen vielleicht da Kommt ihr noch zum Musik machen? Ja, Jürgen, wir sind ja permanent unterwegs Und nächstes Jahr machen wir eine große Deutschland-Tournee Ach nee, das wird auch Zeit, ja, finde ich auch Bei dem Erfolg Danke schön und vielen Dank an Sie alle für diese Schubbox Recht herzlichen Dank, eure Flippers Und wir danke den Flippers Tschüss